Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Ich habe hier eine ganz tolle Schallplatte, Drehorgel-Souvenirs, Zeitlose Melodien, 15. Folge. Und zwar habe ich die Anfang der 80er Jahre mal in Hamburg beim Dammtor erworben. Dort stand ein Mann mit einem großen Orchestrion und der hatte zum Glück auch Platten dabei. Ich bin ganz fasziniert und begeistert von dieser Musik. Es gibt keine Plattenfirma, sondern das ist eine Privatausgabe. Interpretaufnahmen und Herausgeber Kurt Baum, 2 Hamburg 71, Telefon 6417105. Da ist auch niemand zu erreichen unter dieser Telefonnummer. Wie auch immer, ich möchte diese Chance nutzen, von dieser LP das eine oder andere Stück vorzustellen. Heute als erstes die Reiter des Kaisers, ein Marsch, Seite A-Bau 117, was immer das heißen mag. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Musik